Oh, zu früh gefreut. So ein Mist. Oh, zu früh gefreut. Na toll. Kannst du die abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Dave, alles in Ordnung? Ging schon besser. Mist. Oh, nein. Hey, Leute. Kommt zurück zu Uncharted Among Fies. Und das machen wir jetzt. Halten Sie den linken Stick gedrückt und drücken Sie R2, um laufen zu schießen. So, dann wollen wir das doch mal hier ausprobieren. Laufen und schießen. Unsere AK hier nachladen. Jawohl. Der brennt schon. Oh, jetzt ist er leer. Mit der Pistol drauf. Alter. Was macht denn der für Jumps, du? Warum Mist? Jetzt verfolgt er uns endlich nicht mehr. Okay. Der alte Magd. Der muss da sein. Such den. Mist. Los, los, los. Oh, er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Na, dann such mal nach mir. Oh, wer kommt denn da jetzt? Oh, wer kommt denn da jetzt? Bringt sie raus! Gut, jetzt sind die erstmal hier beschäftigt. Jetzt warten wir erstmal, bis die hier sich ausgeschossen haben. Beziehungsweise, wir schleichen jetzt sie hier dran vorbei. Nehmen neue Muni. Jetzt sind die hier überall. Ich glaube, wir müssen gleich schießen hier. Wenn uns einer von den Typen sieht. Ja, die halten schon Ausschau nach mir. Ich bin hier, du vollidiot. Jawohl. Oh, shit. Da haben sie mich gesehen. Ich stelle die Granate noch auf eben hier. Und dann auf sie. Oh. Ich bin hinter keiner Deckung. Oh, hu. Ja, kommt näher. Zack. Da unten ist er. Okay. Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Na, dann suchen wir mal Chloe. Nehmen noch ein paar Granaten hier mit. Das war's. Fürs Erste. Sag mal. Also, die Straße ist hier sehr kaputt. Jo. Da kommen wir nicht mal lang. Da geh ich wohl besser nicht lang. Oh ja. Und hier lang auch nicht. Hier ist ein Straßenschild. Klettern wir da mal hoch. Jawohl. Das klappt sogar. Sehr schön. Ich hätte gedacht, wir müssen hier nicht klettern. Aber das Spiel will es anscheinend so. Das will unsere Kletterkünste auf die Probe stellen. Ja, das Rohr ist nicht so lang, Nate. Du musst leider den Weg wählen. Zack. Ab darüber. Oh. Das hält aber nicht mal viel aus. Das Schild. Na, komm. Drumherum. Und jetzt hier durchs Fenster rein. Sehr schön. Genauso mag ich das. An die Laterne dran. Oh. Jeppa. Oh oh. Huh. Jo. Brauch jemand ne Toilette? Gut. Das war nicht so hoch. Toll eingepackt. Oh ja. Also. Tolle Parkkünste. Auf die Kiste. Aufs Bücherregal. Äh. Nicht da hin. Sondern da hin. Und ab nach oben. So ein Glück ist hier noch nicht so viel eingestürzt. Ja. Runter solltest du jetzt nicht wieder, Nate. Nate. Komm. Wieder hoch. Sehr schön. Äh. Da oben. Nein. Och. Nate. Mensch. Wir hätten jetzt schon viel weiter sein können. Weil er muss natürlich immer runterfallen. Los. Ab hoch hier. Oh Gott. Nein. War das knapp, du. Ab rüber. Och. Zack. Was hat der denn da für eine Waffe, die runtergefallen ist? Na toll. Egal. Na komm, Nate. Rüber. Okay. Dann halt nicht. Alter. Wolltest du grad da drüber laufen, oder wie? Röschigstrasen. Und. Epa. Oh yeah. Oh geil. Mein Lieblingspistol. Da fliegen die Gegner immer so schön. Ab nach unten. Und hier durch geht es. Boom. Boom. Up in die Action. Boom. Oh. Da oben ist ein MG-Schütze. So wie es aussieht. Boom. Oh. Hab ich den getroffen? Oh ja, hab ich. Oben, den muss ich ausschlöschen. Boom. Zack. Jeder Schuss hat bis jetzt getroffen. Eine gute Quote. Ah. Ah. Kaum sage ich. Ist schon verfehlig. Aber der letzte Schuss. Der hat getroffen. Der hat gesessen. Und wie er gesessen hat. Oh. Ah. Jetzt haben wir die Waffe, die der fallen gelassen hat. Oh, eine Dreischusswaffe. Egal. Egal. Gott. Mensch, du bist aber nicht so gut geschützt. Down is er. Oh yeah. Ab zur AK wieder. Und jetzt ist doch die Musik wieder sehr, sehr friedlich. Oh, Schild. Wir rücken vor. Stirbt. Kann ich auch die Schrotze nehmen? Nee. Mit dem Schild kann ich nicht schießen mit der Schrotze. So ein Mist aber auch. Wenn wir die AK. Was denn los mit euch, ja? Kommt mal näher. Da ist was Explosives. Oh Gott, nein. Weg hier. Wir schleichen mal langsam wieder zurück. Wir brauchen eine Pistole. Jawohl. Na komm. Er hat noch die ganze Zeit zählen können. Egal. Nein, bald die Granate bei dir. Boom. Sehr schön. Oh Gott, sind da viele. Schöner Eddie. Sehr gut. Oh. Na komm, du bist der Letzte. So wie es aussieht. Oh, zu früh gefreut. So ein Mist. Ach du Scheiße. Boah. 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 Ja, moin. Was geht denn ab hier? Alter. Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Na ja, weil er es einfach wert ist. Na ja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Oh, vielleicht freue ich mich. Oh, das ist ja nicht so. Oh, das ist der Schlüssel. 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 auf sex gehört chloe den kannst du auch noch später haben du ich glaube das fehlt dir bis jetzt noch nicht so am meisten müssen erstmal die mission weiter machen warte hier ich suche einen anderen weg sie ist verschlossen gar kein problem für nate hier für deinen mann wir nehmen erst mal hier die pistol dann schauen wir mal wo es denn hier so weiter geht oder sind straßenschilder jawohl da kommen wir auch weiter hoch so jawohl und hier weiter geht's er kommt darüber sehr schön ich kann von hier das hotel sehen ja fast in was weiß ich wie vielen folgen bestimmt kann das so weit springen nope kann er nicht das wäre auch fragwürdig gewesen wenn man so weit springen kann dann hängen wir uns hier wieder rüber machen wir das gleiche spielen nochmal darüber geht's nicht wir müssen wieder hier lang klettern ja da ist das hotel schön bringt uns trotzdem nicht weiter hier lang geht's da kommen app app und über jetzt kommen wir aber dahin jetzt hier ja da drüber hier ja obwohl gibt's den schatz nein leider nicht schade aber doch das schild kann man jetzt auch gott glück haben wir noch die zweitwaffe hier ab hier rum dahin und eins ist schon mal was machst du denn da unten da kommt wieder hoch gut dann hat nicht dann wirst du halt so sterben oh gott ich wollte schon die tür aufmachen wieder einer mit schild fang granate mensch steck dich doch nicht immer hinter dein schild du feigling oh gott da los die sterben die sterben jawohl neue granaten sehr sehr gut oh shit da steht ja noch einer du bist auch gleich dauern so ja komm machen wir die tür mal auf natürlich wird schloss gesichert komm raus hier ja toll der steht da ich seh'n oh der kommt weg ist er ja da oben muss sterben jawohl jetzt guck mal weiter oh neue muni die waffe hier ist ziemlich stark sollte man nicht unterschätzen wenn ich die mal nehmen darf danke alter wo liegt die jetzt schon wieder hier so da oben das war's so wie es aussieht hä von wo denn noch aha jetzt aber hilf mir mal ich glaube ich komme an die leiter jo wo denn ach da da ist sie komm her dann hoch mit dir und bald dein knackarsch viel zu schön um sich drauf zu setzen na bitte sag nicht ich würde nichts für dich tun danke na komm geht doch und rein da Mensch blockier mich doch nicht chloe äh lagerfeuer felix so durchgang ist da neue granaten sehr gut kalt kalt hier lang hier ist ziemlich heiß nicht nur wegen dir chloe ok augenblick will mir nur kein spiel einkommen gute manieren was glaub mir die kommen nie aus der mode tze die tauben verschwinden kapitel 6 wunschkonzert na dann schauen wir mal hier was passiert denn da gut für den widerstand anscheinend nicht weil sie sterben das gefällt mir gar nicht ach nein nein wir sollten uns vielleicht einen anderen weg zum hotel suchen und um diese typen einen bogen machen hey weißt du überhaupt wie man mit sowas umgeht na sicher doch ich schleich mich um sie herum und springe ihre party hast du da nicht jemanden vergessen tja da kommst du ins spiel um den musst du dich kümmern aber mach es leise ach so leise und du bist sicher das klappt tja das ist eben kein wunschkonzert was heißt denn das schon wieder oh passend zum kapitelnamen äh ja wie kommen wir da jetzt äh unbemerkt hin aha so einer schon mal weg zählen nur noch die anderen so hier ist bis jetzt keiner sehr interessant ich meiß jetzt einfach meine granate rüber fangt ha 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 und jetzt geht die schießerei los fangt oh yeah schöne granaten what the fuck alles klar gut wir machen das aber wieder wie wir es gerade eben gemacht haben den legen wir einfach um mensch nate macht doch nicht so was riskantes zack boom jawohl so jetzt da oben die granate hin aha da ist immer mit einer panzerfaust die zerhülle what the fuck gut das müssen wir anders angehen alter knack weg mit dem und jetzt weg mit dem hier oh oh nimm dir die panzerfaust so jetzt aber mit krawall mit viel wumms auf den schildtypen drauf bam junge jetzt kriegt ihr das was ihr verdient habt gott wenn die die waffe wieder und weiter geht's so er dreht sich in sicherheit war es das nein noch nicht weg mit dir und da ist noch einer jawohl der ist schön geflogen behalte deine granate an dir dauern jetzt alle oder nö noch nicht vergleich sind alle weg da ist noch einer die musik wollte sich gerade beruhigen da ist er down oh nein na toll geh doch in malen deckung mensch so down du stirbst auch du auch granate oh sehr schön du brauchst dich gar nicht hier zu verstecken und du da hinten auch nicht kommt raus ihr feiglinge kommt raus oh gott noch drei kugeln oh nein oh alter da ist neun muni sehr gut nachladen da kommen sie jetzt down down der auch gleich oh sehr gut schöner handy auch nö los frisst frisst alles gute zum geburtstag alles gute aha wow nein 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 weg 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 da nimm das nimm das nimm das meiste sind meiste sind bam hab ich ihn getroffen ja hab ich es boah ey holy moly was hier denn so abgeht ein langer intensiver kampf der liegt so halb da chillen war es das jetzt gut zimmer durch alter schwede wir sind durch wie auch los stirbt gleich alle ach du kacke geh weg von deinem g h wisse geschichte junge doch nicht gehen wir hier dran weg mit dir und mit dir auch sagt du da hinten auch du hast recht dein schild bringt dir nix ja ich glaube das war der letzte na hoffentlich war das der letzte müssen nur noch nach oben aber da waren wir uns beim nächsten part den weg nach oben durch wenn ich dieser part gefallen hat dann gibt ihn doch einen daumen nach oben und schreibt einen kommentar das würde mich sehr sehr freuen dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss tschüss